Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute steht Wandern auf dem Programm. Ich bin jetzt schnell etwas zu mögeln und noch ein bisschen Proviant gepostet. Und jetzt geht es los. Ich habe jetzt hier auf Wikilog, das ist so eine App, wo Leute ihre Wanderrouten aufzeichnen und dann online stellen können. Da habe ich jetzt eine gefunden. Die geht etwa 22 Kilometer. Das sollte dann etwa 4-5 Stunden wandern bedeuten. Und ja, das gehe ich jetzt mal auschecken, ob das auch wirklich stimmt. So, jetzt bin ich hier an einem ausgetrockneten Flussbeet. Und wenn wir mal schauen, da hat es ganz viele Kaulkwappen. Und dort hat es eine ganze Menge schwarzen Punkte. Das sind alles Kaulkwappen. Süss, oder? Und wir müssen euch mal die Natur hier anschauen. Das sind alles so Tannenbäume. Das sieht gar nicht so aus wie Mexiko. Das ist eben so das Faszinierende an diesem Land. Das ist ja so gross. Und im Norden sieht die Natur einfach total anders aus. Ich bin jetzt hier etwa eine Stunde lang durch den Wald gelaufen. Das konnte gerade so gut in der Schweiz sein. Jetzt müssen wir mal schauen, da hinten hat es so Häuser, wo vermutlich noch irgendwelche Leute drin wohnen. Da vorne hat es auch noch, hat es noch irgendwie ein Pferd. Also ein Hund ist sicher da irgendwie nicht gehört. Völlig im Scheiss, aussen sind wir jetzt da. Also bin ich jetzt da. Da eben am Flussbeet zu. Es ist sicher schon irgendwie 5 Kilometer einfach nichts gekommen. Und äh, ja. Aber da würden vermutlich irgendwelche Urinwohner wohnen. Sogar Schöfli hat es da noch, schau mal. Und noch ein kleines Vieh. So, was meinen Sie, das habe ich über diese Brücke oder nicht? Schau mal. Hm. Es sieht schon ein wenig abgefuckt aus. Und das Ganze schwenkt immer hin und her. Aber irgendwie sieht es noch lustig aus. Ich glaube ich probiere es. Auf jeden Fall eine lustige Konstruktion. Oh Mann, das ist glaube ich die wackeligste Hängebrücke, die ich jemals war. Ich kann nicht so wahnsinnig viel vertrauen, das Ganze, aber es muss halten. Es muss. Ja, ich bin jetzt wieder zurück im Hotel. Ähm, habe mich jetzt gerade noch frisch getauscht. Ehrlich gesagt. Es waren dort wirklich etwa 23 Kilometer. Etwa 30'000 Schritte. Tiptop. Jetzt habe ich eigentlich gerade für zwei Tage gelaufen. Und das ist auch notwendig, weil morgen bin ich eigentlich den ganzen Tag im Zug. Im Cepé. Ähm, der fährt glaube ich am Morgen gegen diese 10 irgendwas. Und ich komme am Abend um halb 10 Uhr an. Also das wäre eine recht lange Fahrt. Aber ich freue mich extrem auf das. Und jetzt gehe ich noch etwas essen. Und dann etwas liegen. So, meine 7 Sachen sind gepackt. Jetzt geht es zum Auschecken und nachher geht es auf den Cepé. So Leute, jetzt kommt der Cepé mit einer Bestundverspätung. Schaut. So, ich bin jetzt im Cepé innen. Und es war ganz lustig. Als wir reinkommen ist, hat der Kondukteur eben gesagt, welchen Platz das man hat. Und dort habe ich mich jetzt hinsessen. Und jetzt ist er eben gerade gekommen und hat gesagt, hey, kannst du da vorne sitzen, da hast du eine bessere Aussicht. Und das ist wahr. Ich kann jetzt am Fenster sitzen. Und habe einen super Ausblick. Ja, jetzt seht ihr gerade nicht viel. Ja, liebe Leute, das wäre es jetzt gewesen an dieser Stelle von diesem Video. Weil ich habe leider, 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 leider alle meine Daten verloren. Ich habe sie gelöscht und ich kann sie nicht mehr wieder herstellen. Das ist scheisse gelaufen und es scheisse mich richtig an, weil ich bin extra dort hoch, um mit dem Cepé zu fahren und euch auch die Bilder zu präsentieren. Ist jetzt leider nichts daraus geworden. Ich zeige euch jetzt aber noch schnell ein paar Fotos. Es war auf jeden Fall ganz, ganz coole Sache, mit dem Cepé zu fahren. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, ich kann es unbedingt machen. Es lohnt sich, definitiv. Und ja, dann würde ich sagen, wäre es das jetzt gewesen für dieses Video. Tut mir leid, dass ich da dieses Zeug verwendet habe. Beim nächsten Mal habe ich dann hoffentlich wieder alles beieinander. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.